hallo liebe gruselfreunde und willkommen zurück zu einer weiteren folge von outlast ja ich bin wieder alleine weil ein paar leute gemeint haben ich soll jetzt alleine spielen das ist auch gruseliger und ich erschrecke mich mehr ihr habt es gewollt deshalb werde ich jetzt auch alleine spielen wir waren letztes mal angekommen ich müsste noch glaube ich an machen noch mal ich verstecke mich ja direkt wieder da unten drunter den habe ich zwar schon jetzt mal angemacht aber halt die speicher punkte sind halt diesen komisch gesetzt da kommt jetzt jemand so ich bin jetzt mal gespannt also wie gesagt es haben viele gesagt jan oder jables spiel alleine das ist besser geh weg ich weiß halt nicht wie das was passieren kann wenn ich getroffen werde oder wer gefangen werde aber ich riskiere es jetzt mal da liegt was batterie super batterien sind immer gut den knall da oder ja ich habe mich gesehen ich hoffe mal nicht also hätte ich mich verstecken können okay er hat mich nicht entdeckt ich muss mich jetzt noch mal verstecken ja kommt wieder wo wo okay hier entdeckt er mich nicht das ist super so startet den gerater und immer sachte mein freund immer sachte ich bin ja echt noch gespannt was hier alles passieren kann oder passieren wird habe ich schon von paar leuten gesagt bekommen freu dich noch drauf es wird noch verdammt lustig also für euch nicht wirklich kann ich eigentlich jetzt schon anschalten okay mir fehlt noch den hauptschalter wo wo hat er mich gefunden ganz langsam anscheinend mit nun liegt mich am marsch zum glück ist sich nie die sich nie die spende ich war nur kurz also ich werde auch demnächst noch ein anderes let's play hochladen fallout wird weiß ich nicht ganz genau ob es heute eine folge rauskommt ich muss jetzt erst mal Outlast weiter spielen aber ich werde demnächst noch ein anderes horror let's play was auch nicht draußen ist anfangen hat er mich wieder gefunden oder was ich verstehe die musik nicht da kommt jemand er ist auch verdammt am häscheln keuchen die musik will mich jetzt erst mal nur verarschen ich will mich doch nicht verarschen warum steht der jetzt da warum musst du jetzt da stehen sieht alles so lecker aus was sind meine batterien langsam ziemlich leer der vorrat ich glaube hier kommt der nicht boah ich wechsel gerade mal hallo so wenigstens haben wir noch mal eine batterie gefunden hat er nicht einen schalter ist da jemand irgendwo keine ahnung ich habe keine ahnung aber die musik macht findet einfach das ist der haupt schalter oder ich bleib mal kurz hier drin aber jetzt kommt er kommt bitte mach da nicht die spinnt auf bitte mach da nicht die spinnt auf jetzt bin ich bald im spinnt bitte mach da nicht die spinnt auf bitte mach da nicht die spinnt auf was passiert eigentlich ich witz ruhig nein er macht den anderen auf bleib weg von mir bitte bleib weg von mir oh gott sei dank jetzt muss ich nur gucken wie ich an dem vorbeikomme meine güte so ich habe jetzt angemacht ne jetzt müsste ich normalerweise unten den generator starten können in dem hauptraum im keller das heißt der strom ist wieder da aber ob das gut ist was ist das andere dann ist es immer noch dunkel ja gut ich habe zwar den haupt schalter angemacht ich witzel mal batterie ich habe zwar batterienverschwendung ohne ende aber ich hoffe das legt sich bald wieder jetzt irgendwie anders wird ihn ja ich witzel mal das ist irgendwie anders wird den er Schnell weg hier. Puh. So. Jetzt bin ich wieder hoch. Jetzt bin ich aus dem Scheißkeller draußen. Jetzt bin ich aus dem Keller draußen. Aber ob das gut ist, das weiß keiner. Die Tür ist zerstört. Da ist es. Was? Entschuldigung, mein Kind. Ich wollte das nicht tun. Aber du kannst nicht weg. Noch nicht. Es gibt so viel noch für dich zu sehen. Willst du es sehen? Könntest du? Unser Herr, der Wallrider, schützt seine Wahrheit in die Unbeliever. Der einzige Weg aus diesem Ort ist die Wahrheit. Akzeptiere das Gospel. Und alle Türen werden vor dir öffnen. Der den Wallrider vergöttert. Es wäre so schön wahr zu sein, wenn es jetzt vorbei wäre. Jetzt fangt der Spaß bei der Stimme erst richtig an. Ob es an meine Kamera geht noch. Was zur Hölle? Habe ich Notizen? Großer Dreckskerl. Nein, das habe ich alles. Mord unter Hypnose habe ich auch. Warum zur Hölle kann ich mich hier verstecken? Wow. Lass mich doch in Ruhe. Wenn ihr hier folgt ist. Resipies. Hallo. Hallo. Da läuft doch jemand. Kommt derjenige jetzt noch? H-h-h-h-h. Was zur Hölle? Wo bin ich? Warum zur Hölle bin ich jetzt hier? Wie bin ich hierher gekommen? Kann ich das schließen? Ich habe noch eine Nachricht. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge machen. Bis dahin. Schade es wieder ein. Ciao.